Und damit einen wunderschönen herzlichen guten Tag an alle Tiff Forest Profis, Freunde, Spielfreunde, was weiß ich nicht. Warum Tiff Forest, wie gestern schon auf Facebook angekündigt, kam heute das Update 0.13 raus. Um natürlich Tiff Forest Update 0.13 möglichst schnell hochladen zu können auf diesem Kanal, muss ich natürlich aus den ganzen alten Folgen loswerden. Und darum gibt es heute einen Tiff Forest Marathon, bei dem ich drei Folgen auf jeden Fall hochladen werde. Jetzt um 15 Uhr kam die erste Folge raus, um 16 Uhr und um 17 Uhr werden zwei weitere Folgen rauskommen. Und ich habe mir gerade überlegt, sollte die Aufrufanzahl pro Video bei 10 Aufrufen oder höher liegen in diesem Zeitraum, dann werde ich so lange, dann kann ich so lange die Videos raushauen, sagen wir mal, dann können wir bis zu 5 Videos, bis zu 6 Videos könnten wir dann heute raushauen. Wenn ihr Lust dazu habt, also wenn ich sehe, die Beteiligung ist recht groß, ihr habt Lust auf Tiff Forest Videos, dann können wir heute von 3 bis auf 6 Videos hochkommen. Nebenbei noch gesagt, Torchlight muss heute leider ausfallen, ich habe es nicht mehr geschafft, Torchlight hochzuladen heute, das tut mir wirklich sehr leid. Morgen kommt es dann wieder regelmäßig und ich hoffe, ihr nehmt auch am Tiff Forest Marathon teil, um dann morgen mit Staffel 0.13 loszulegen. Ich wünsche euch noch einen dauerhaften Tag und bis Adenne, ciao! Adenne? What the fuck?